Männlichkeit leben, der Podcast für Männer von Björn Thorsten Leinbach. Willkommen zum Podcast Männlichkeit leben. Hier erfährst du, wie du ein aufregendes und spannendes Leben als Mann führen kannst. Heute stelle ich wieder einen weiteren Schritt zur Stärkung deines Mannseins vor. Heute geht es um das Thema Führung über dich als Mann erlangen. Führung über dich als Mann erlangen. Was denkst du, wenn du das hörst? Über Dinge, die du entscheiden musst, Dinge, die du tun solltest in deinem Leben, dass du vielleicht Führungspositionen hast oder irgendetwas in dieser Richtung? Nein, wir fangen an der Basis an. Es geht wirklich um dich ganz persönlich, unabhängig von bestimmten Verhaltensweisen, unabhängig von Beruf und sozialen Kontakten, unabhängig von Beziehung oder allem anderen. Selbstführung hat erst einmal damit zu tun, dass ich mir selbst, meiner selbst bewusst bin und eine Kontrolle über mich habe. Und die erste Form, die Basis sozusagen, sind deine Gedanken. In diesem Podcast wird es darum gehen, wie du eine Kontrolle über deine Gedanken erlangen kannst. Denn ich behaupte, wer keine Kontrolle über seine Gedanken hat, wer von morgens bis nachts in einem Chaos seiner Gedanken lebt und keine innere Führung hat, der kann nicht wirklich eine Führung in seinem Leben haben. Wir haben am Tag, so sagen es manche spirituellen Lehrer, etwa 60.000 Gedanken am Tag. Ich habe sie nicht nachgezählt, es könnte schon passen. Das Schlimme ist aber, 99 Prozent der Gedanken sind die Gedanken des Vortages. Und 99 Prozent wieder Gedanken des Vortages und so weiter. Wir wiederkäuen, also wie eine Kuh, immer wieder denselben Sermon. 99 Prozent der Gedanken sind absolut unproduktiv, sind ablenkend, sind teilweise sehr negativ, zersetzend und sind wie eine Art innere Verschmutzung, wie eine Lärmbelästigung, wie Radio, Fernsehen und Geräuschkulisse, die keiner beachtet. Sie lenken dich von dir ab. Sie lenken von der inneren Weisheit ab, der inneren Stimme ab, von der inneren Führung ab und sie lenken vor allem davon ab, dich selbst zu fühlen. Gedanken sind sehr häufig ein Ablenkungsmechanismus. Gedanken sind häufig sogar ein Widerstand gegen das eigene Fühlen. Das wird in unserer Gesellschaft immer schlimmer. Ich selbst mache seit 30 Jahren Seminare für Meditation, Bewusstseinsentwicklung, spirituelle Initiationen, Persönlichkeitsentwicklung. Das sind schon 35 Jahre jetzt, so mit 17, 16, 17 habe ich angefangen, mein erstes Meditationsseminar zu machen. Ich war da das Küken damals, weil ich mich für solche Dinge interessiert habe. Unsere Gesellschaft hat sich diesbezüglich verändert, dass wir immer mehr digital unterwegs sind, immer intellektueller werden, immer mehr gedanklich gefüttert werden. Schau, früher gab es keine Handys, keine Smartphones, kein Internet, Computer, eigentlich mehr oder weniger auch nicht, nur für ganz große internationale Firmen. Und im Fernsehen gab es drei Programme und um 23 Uhr war das Sendebild. Ich weiß nicht, wer von euch Zuhörern sich daran erinnert, aber man muss schon dann in den 60ern geboren sein, vielleicht 70ern, um sich daran zu erinnern. Das hat sich sehr verändert. Wir rennen heute mit einem Smartphone rum, gucken, ich weiß nicht wie viele Dutzende oder Hunderte Mal am Tag drauf und werden intellektuell gefüttert mit einer Überreizung von Informationen auf allen Kanälen. Und diese Überreizung ist permanent da. Es ist eine mentale Fütterung. Und so wie ein Smartphone heutzutage nicht mehr ausgeschaltet wird, ungefähr so ist unser Gehirn. Es wird nicht mehr ausgeschaltet. Und das hat eine sehr negative Wirkung, dass wir nicht mehr konzentrationsfähig sind, dass wir uns nicht längere Zeit auf ein Thema fokussieren können, dass wir flatterhaft sind und dass wir immer weniger Kontrolle haben über unsere Gedanken. Es geht also darum, wenn du ein bewussterer Mensch werden willst, wenn du mehr innere Führung haben willst, dir bewusst zu machen, wie diese Gedanken wirken. Die meisten Menschen erleben sich als Opfer ihrer Gedanken. Da kommen Eindrücke, da kommen irgendwelche Erinnerungen, da kommen Fragmente und wir steigen dort ein. Wir haften an, sagen die Buddhisten. Das Problem sind nicht die Gedanken. Das ist wie, du wohnst neben einer Autostraße. Klar stört das Auto, das Rauschen der Autos. Aber das Problem ist, wenn du bei jedem Auto gedanklich dran hängst. Da kommst du zu gar nichts mehr. Die Buddhisten sagen, man haftet an. Unsere Gedanken sind wie Äffchen, die von einem Baum zum anderen hüpfen und sich nicht konzentrieren können. Und das ist der erste Schritt, sich bewusst zu machen über seine Gedanken, über die Unzahl der Gedanken, über die zunächst Unfähigkeit, überhaupt eine Kontrolle über diese Gedanken zu finden. Der klassische Weg, der zum Beispiel im Buddhismus überhaupt im asiatischen Raum aufgezeigt wird, ist der Weg der Meditation. Etwas, wo ich sehr verhaftet bin. Ich habe zahlreiche Einweihungen und auch viele Jahre, Jahre, Jahrzehnte Praxis, speziell im Buddhismus, wo es darum geht, Gedanken zu schulen, Training, Gedanken Training zu machen, um still zu werden, präsenter zu werden, eine Führung über sich zu bekommen. Für die Wissenschaftler unter euch, die Rationalen, die Religions- und Esoterik-Skeptiker, keine Angst. Das wird hier kein esoterischer Podcast. Ich komme aus dem Ruhrpott. Da kann man kein was von Erleuchtung erzählen. Es geht um ganz praktischen Nährwert des Ganzen. Es geht nicht darum, dass du erleuchtet wirst oder ein besserer Mensch wirst. Das kann als Nebeneffekt passieren. Ja, es gibt immer ein Restrisiko. Der Nährwert von Meditation, von Gedankenkontrolle, ist nicht, auf deinem Sitzkissen zu sitzen und tolle Gefühle zu haben, die Aura zu sehen oder mit dem Erzengel Michael zu sprechen oder von irgendeinem Geistwesen getrennt zu werden. Sorry, wenn ich sowas höre, da verdrehe ich die Augen und kriege die Krise. Der praktische Nährwert von Meditation ist, dass du lernst, deine Gedanken unter Kontrolle zu haben und auch deine Gefühle. Denn viele Alltagsprobleme ergeben sich nicht dadurch, dass irgendjemand anderes missbaut, dich angreift, dich schadet oder dass Dinge im Außen passieren. Das passiert immer mal wieder. Das größte Problem, den größten Schaden richtet man selbst an. Durch die Reaktionen auf diese Unglücke, diese Angriffe, diese Beleidigungen oder ja, einfach die Dinge, die passieren. Unbewusste emotionale Reaktionen, unbewusste Gedanken, unbewusste Reaktionen darauf richten den meisten Schaden an. Das ist die Praxis von Meditation, dass du in solchen Situationen, wo du dich bedrängt fühlst, wo man normalerweise unbewusst wird, weil du angegriffen wirst, kritisiert wirst, weil dir was verloren geht, weil Dinge schief gehen, weil du in Gefahr gerätst, weil du Angst bekommst. Dann wirst du unbewusst und erzeugst die richtig großen Probleme durch dein Verhalten letztendlich. Viele große Herausforderungen können durch besonnenes, bewusstes Verhalten in der Wirkung sehr minimiert werden oder können sich als unschädlich erweisen. Das ist der praktische Nährwert von Meditation, dass du bewusster wirst, dass du nicht einrastest in unbewusste Reaktionen, unbewusste Denk- und Emotionsmuster. Deshalb mache ich gerne in meinem Leben sehr viele Extremsportarten. Die zeigen mir, wo ich stehe in meiner Entwicklung, in meiner Meditationspraxis. Auf dem Kissen zu sitzen, still zu sein, tolle Gedanken oder eben keine zu haben und sich gut zu fühlen. Ja, das ist wie, du kannst im Pool super schwimmen. Ob du ein guter Schwimmer bist, zeigt sich im Orkan, wenn du über Bord gehst oder in einer starken Strömung im Wildwasser. Da zeigt sich, ob du ein guter Schwimmer bist. Für mich, Tauchlehrerausbildung, 30 Meter Tiefe, wartet bis du, der Tauchlehrer wartet, bis dein Buddy zu weit entfernt ist. Man taucht also immer zu zweiter Sicherheitsgründen, in Reichweite, aber naja, wie das so ist, dann entdeckst du einen Fisch oder deine Höhle und schwimmst du ein paar Meter weg. Und der Tauchlehrer wartet auf den Moment von hinten und dreht dir die Flasche zu. So, der Buddy ist zehn Meter weg. Zehn Meter ist viel, weil der dreht die Flasche nicht zu, wenn du gerade eingeatmet hast, wenn du ausgeatmet hast. So, nach oben sind 30 Meter. Die erste Reaktion ist Angst, Panik, ich will hoch. Dann hast du einen sehr elenden Tod, weil du kriegst deine Lungenembolie, die Lunge platzt. Du kannst dann über ein paar Wochen noch am Leben erhalten werden und krepierst dann langsam vor dich hin. Das ist so ein richtig elender Tod. Also, du kannst auf keinen Fall hoch. Du darfst ja trinken, ja, da kann man dich wiederbeleben, aber du darfst nicht hoch. Da zeigt sich der Wert deiner Meditationspraxis. Verfällst du in Panik oder bleibst du ruhig? Genauso bei den Emergencies. Ich habe viele Jahre geflogen mit einem Ultraleitflieger und hatte einen guten Lehrer dabei, der macht diese Emergencies. Du machst, der macht eine Klappe vor die Augen, bringt die Maschine in eine wirklich unmögliche Fluglage und macht den Motor aus. Und dann machst du die Augen auf und musst dich innerhalb von wenigen Sekunden zurechtfinden und musst den Landeplatz suchen. Und aufpassen, dass da keine Stromleitung ist oder keine Böschung ist, die Windrichtung checken. Dafür hast du wenige Sekunden Zeit und dann musst du das Ganze auch sauber umsetzen, weil im Zweifelsfall hängt dein Leben und das der Passagiere davon ab. In solchen Situationen zeigt sich deine Meditationspraxis. Deine Partnerin erklärt dir, dass sie dich verlassen will und warum die Beziehung keinen Sinn mehr hat. Dein Chef erklärt dir, dass du gefeuert wirst, wenn du nicht das und das machst. Egal. In solchen Situationen zeigt sich aus meiner Sicht die Selbstführung, die Meditationspraxis. Kannst du dann ruhig bleiben? Kannst du dann präsent bleiben? Oder erzeugt es aus Emotionen heraus bestimmte Gedanken, die dich dann im Griff halten? Und darum geht es. Das zu erkennen, das übt man natürlich erstmal in Ruhe. Du fängst da mit Schwimmen auch nicht im Orkan an, auf offenem Meer, sondern fängst natürlich mit den ersten Übungen auf dem Trockenen oder im Pool an. Und bei den ersten Flugversuchen unter perfekten Bedingungen versuchst du einfach nur geradeaus mal zu fliegen, die Flughöhe und die Richtung zu halten. So fängt man an. Und so ist es bei der Meditation auch. Ich möchte dir also ein paar Tipps geben der Meditationspraxis. Nochmal, es geht nicht darum, dass du jetzt ein spiritueller Mensch wirst, dass du irgendwelche Mantren auswendig lernst, an irgendwelche Gottheiten glaubst oder die Reinkarnation glauben musst. Das kann als Nebeneffekt alles passieren. Es kann sein, dass du durchaus spirituelle Erlebnisse dabei hast, ist aber jetzt erstmal nicht Ziel der ganzen Aktion. Meditation heißt, du stellst dein Smartphone auf Flugmodus oder fährst das ganze Ding mal runter. Wie ihr ein Computer hat, wer ein Smartphone hat, weiß, dass es ab und zu sinnvoll, das Ding runterzufahren und wieder neu zu starten. Und das solltest du nicht nur im Schlaf tun, sondern auch im bewussten Zustand tun. Mal 10, 15 Minuten am Tag runterfahren, aussteigen. Unser kritischer Verstand ist in unserer Kultur, hat sozusagen die Herrschaft, ist ein Despot und ist eben kein demokratisch gewählter Regierungschef, sondern ist sozusagen ein Despot, der uns verrückt macht. Und viele sind abhängig von ihrem Verstand. Er ist permanent tätig. Du bist permanent, egal was du erlebst, was du siehst und hörst und mit den Sinnen wahrnimmst, welche Situation noch immer. Du bist permanent dabei, alles zu bewerten, alles zu benennen, alles zu kritisieren, zu vergleichen, zu einzuordnen, abzuschätzen, dich zu erinnern an anderes und so weiter. Der Verstand arbeitet permanent. Das ist in vielen Situationen auch gut und wichtig. Wenn du in der Diskussion bist mit jemandem, dann ist das auch eine sinnvolle Tätigkeit. Aber es gibt sehr, sehr viele Lebensbereiche, wo dieser Verstand alles kaputt macht, wo der kritische Verstand dir alles kaputt macht. Deshalb kommen Menschen zu uns, weil sie sagen, ich kann mich in der Liebe, im Sex nicht mehr fallen lassen. Die Menschen kriegen wirklich keine Ekstase mehr hin. Frauen haben Probleme, zum Höhepunkt zu kommen. In den schönsten Momenten des Lebens ist ein kritischer Verstand läuft auf Automatik und macht dir alles kaputt. Du kannst nicht mehr genießen. Du kannst nicht mehr essen, sondern du diskutierst nur. Und hinterher, wenn dein Partner dich fragt, wie war das Essen? Dann sagst du, ja, was ist Essen? Welches Essen? Du hast nur diskutiert. Du warst nur in deinen Gedanken. Du kannst nicht einfach mehr sitzen und das mehr genießen, sondern nur in Gedanken, was macht man als nächstes. Wem schreibe ich jetzt eine SMS? Wem schicke ich das Foto? Und, und, und. Unser kritischer Verstand dominiert immer mehr und mehr unser Leben. Wie gesagt, gefördert durch die permanente Erreichbarkeit, durch die Digitalisierung unserer Welt erreicht der kritische Verstand, gerade wenn ich das zu früher vergleiche zu Seminaren, ganz andere Höhen. Heute ist es schwer, denn bei uns ist das Bedingung in den Seminaren, dass die Menschen ihre Smartphones ausmachen und nicht ins Internet gehen. Das ist für manche wie nichts essen. Also Fasten wäre für sie leichter. Für manche der absolute Albtraum. Und Bedingung dafür, dass bestimmte Dinge passieren können, dich nicht permanent abzulenken. Früher war das nicht der Fall. Da war das völlig normal. Du warst über ein Festnetztelefon erreichbar. Im Notfall war das Seminarhaus da und wenn jemand gestorben ist oder einen schweren Unfall hatte oder irgendwas wirklich Wichtiges passiert ist, dann wurde da, da wurde da angeufen im Seminarhaus, ja. Oder man musste persönlich vorbeikommen. Und das ging auch. Aber das ist eben anders geworden. Und das fällt neben all den positiven Effekten, die das natürlich hat, macht es Menschen das Ganze sehr, sehr, sehr viel schwerer, zu sich selbst zu kommen. Also Meditation heißt, dein Smartphone ist aus oder auf Flugmodus. Und es geht darum, dir bewusst zu machen, was da alles läuft. Ich habe meinen Computerexperten mal gesagt, so ich mache doch gar nichts am Rechner. Und der ist irgendwie beschäftigt und hat sich totgelacht. Sagt, dein Rechner, der macht immer was. Im Hintergrund laufen 87 Prozesse. Und so ungefähr sieht es in unserem Gehirn aus. Es ist immer was aktiv. Und deshalb, wenn man sich hinsetzt und so klassische Dinge macht wie Zen-Buddhismus, wo du sitzt vor einer weißen Wand und versuchst leer zu werden, das endet damit, dass ein normaler Westeuropäer, der endet in der Klapse. Du wirst verrückt, weil du merkst, was für ein Affentheater in deinem Kopf abgeht. Ja. Da ist ein wild geworden, der Zoo und alle Käfige sind geöffnet und laufen, alle Tiere laufen da wild durcheinander. So ungefähr sieht das aus. Ja. Ein Zirkus. Alle treten gleichzeitig auf die Bühne auf. Du wirst dir dessen bewusst und verzweifelst. Deshalb brauchst du bestimmte Hilfsmittel, weil es passiert das ganze Gegenteil von Erleuchtung. Du wirst einfach verrückt, weil du dir bewusst wirst, was für ein grandioses Affentheater in deinem Kopf abgeht und du hast nicht den Ansatz einer Kontrolle darüber. Meditationspraxis heißt erstmal, dass du Techniken an die Hand bekommst. Techniken, um dieses Chaos, diesem Chaos Herr zu werden. Einfache Techniken, um halbwegs ansatzweise die Kontrolle zu bekommen und überhaupt nur, sage ich mal, einen Leitfaden an die Hand zu bekommen. Wenn du denkst, Meditation, du setzt dich hin und hast Stille im Kopf, vergiss es. Ja, wenn du länger als eine Minute, wenn mir Teilnehmer sagen, oh, ich habe eine Minute, ich habe mehrere Minuten nur Stille gehabt, dann sage ich, boah, dann gebe ich dir die Adresse von meinem spirituellen Lehrer, geh mal zu ihm hin, der wird dir bestätigen, dass du erleuchtet bist. Ja. Vergiss es. Es sind immer Gedanken da. Es geht um die innere Haltung, die du entwickelst. Unser überkritischer Verstand nimmt all die Gedanken für fürchterlich wahre Münze. Jeder Gedanke ist fürchterlich wichtig. Und deshalb ist der erste Schritt, die Anhaftung daran zu lösen, die Wichtigkeit zu lösen, diese Gedanken als Störung zu erleben. Ein Gedanke ist so viel wert wie eine Fliege oder der Nachbar, der ein Loch in die Wand Bord in der Meditation oder das Schreien des Babys oder der quersitzende Furz. Gedanken sind genauso Störungen wie alles andere. Das ist der erste Schritt. Ein Zen-Meister hat einen Schüler und fragt der Schüler, Meister, wie kann ich Erleuchtung erlangen? Wie kann ich Klarheit in meinem Leben finden? Ich muss wissen, was ich tun will. Ich möchte hohe Ziele erreichen und auch erleuchtet werden. Was muss ich tun? Sagt er, Zen-Meister. Geh ins Nebenzimmer und atme. Und er atmet und atmet und am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, das hält ja kein Mensch aus. Ich werde ja verrückt dabei. Mein Kopf platzt. Ich werde irre. Ich kriege Magenschmerzen. Ich kriege Kopfschmerzen. Mir wird schlecht. Ich werde krank, wenn ich das weitermache. Geh ins Nebenzimmer und atme. Ein paar Tage später kommt er an. Danke, Meister. Danke, Meister. Ich weiß jetzt, wovon du redest. Ich habe Erleuchtung erlangt. Ich habe zur Klarheit gefunden. Ich habe all meine Ziele erlangt. Danke, wie kann ich dir nur danken? Sagt er. Lass alles los. Geh ins Nebenzimmer und atme. Und wieder einige Tage später kommt der Schüler und sagt, Meister, ich bin dankbar. Deine Weisheit, deine Erleuchtung ist grandios. Ich habe alles losgelassen. Ich bin jetzt auch erleuchtet. Sagt der Zen-Meister. Geh ins Nebenzimmer und atme und lasse auch das Loslassen los. Also egal, ob du den fürchterlichsten Monster in deinem tiefsten Verliesen, ob du den Engeln deiner letzten Inkarnation, deinem spirituellen Meister begegnest, ob du die Lottozahlen erfährst oder die Aktien, die demnächst durch die Decke gehen, ob du die geheimen Familiengeheimnisse einer Familie plötzlich gewahr wirst oder deine psychologischen Grundmuster. Egal, was da auftaucht, alles Affenkacke. Genauso viel Wert wie die Fliege, die um sich herum summt. So viel Wert wie der quersitzende Furz, der deinem Bauch wehtut. Das ist die erste Regel. Alle Gedanken in der Meditation sind Störungen, sind Müll. Lass dich nicht ablenken, wie krass, wie hoch, wie toll, wie gesund, wie krank, wie erleuchtend oder wie ängstigend sie auch immer sind. Das ist die allererste Regel. Ignoriere sie. Das ist leichter gesagt als getan. Deshalb gibt es Hilfsmittel. Meditation ist eigentlich dieser Zustand, in dem man verweilt im Nichtstun. Da das aber so schwer ist, gibt es unzählige Meditationstechniken, die dir helfen, in diesen Zustand reinzukommen. Vielleicht ein paar Hinweise noch. Was ist denn dieser Zustand der Meditation? Ich vermute, ich kenne dich ja nicht als Hörer, aber ich vermute mal, dass du vielleicht schon in deinem Leben so etwas erlebt hast. Die meisten Menschen haben schon solch einen Zustand des Gewahrseins, der inneren Präsenz, der, ich sag mal, des jenseits des kritischen Verstandes erlebt. Also jenseits der linken aktiven Hirnhälfte, mehr verbunden mit der rechten Hirnhälfte, die eben anders als die linke mehr intuitiv ist, mehr ein zeitloses Gefühl ist. Das ist ein Zustand, den wir, den viele Menschen in einem Zustand von Ekstase oder Trance auch erleben. Wenn du Sportler bist, du machst Konditionssport, also du musst nicht Marathonläufer sein, aber schon mehr als ein paar Kilometer laufen, lange Strecken, Rad fahren, reden über Stunden, schwimmen, rudern, also sehr gleichförmige Konditionssportarten machen, dann kann es sein, dass du so einen Zustand, so eine Art Trance erlebt hast, wo es dich läuft, wo es dich schwimmt, wo es einfach passiert, wo kein Gedanke da ist und du denkst, es geht ja noch ewig so weiter, aber da ist ja schon wieder gedacht, jetzt bist schon wieder raus. Kennst du diesen Zustand? Viele Sportler machen genau das, suchen genau das, also machen den Sport, suchen diese Höchstleistung, weil sie diesen Kick erleben wollen. Einige haben sogar sehr spirituelle Erlebnisse dabei, sie sehen sich selbst von außen sozusagen da laufen und das sind letztendlich Zustände, die man auch in Meditation erreichen kann, durch Katharsis, durch das Ausagieren. Beim Tanzen gibt es auch Menschen, die das im Tanzen erleben können, also nicht mal jetzt mit jemandem zusammen tanzen und flirten, nee, ich meine so eine Art sich in Trance tanzen über Stunden hinweg. Das sind letztendlich auch Zustände, die ein bisschen ähnlich sind, die dir helfen zu verstehen, was ich da meine. Das körperliche Ausagieren ist eine Hilfe, kann dir helfen, in diesen Zustand zu kommen. Deshalb gibt es durchaus auch westliche Meditationen. Viel ist da dem Osho zu verdanken, dem spirituellen Lehrer mit zweifelhaften Ruf, ob der nun gerechtfertigt ist oder nicht. Der Mann hat geniale Meditationen entwickelt, das kann man nicht leugnen, das muss man ihm lassen und ihm auch dankbar sein. Er hat westliche Psychologie und östliche Spiritualität zusammengebracht und hat eben diese kathartischen Meditationen entwickelt, wo man sich eben emotional und körperlich ausagiert, den emotionalen Ballast loslässt, körperlich ausagiert, um dann eben in den Zustand der Meditation zu kommen. Für uns Westler ist das definitiv der einfachere Weg. Dich vor eine weiße Wand zu setzen, versuchen zu setzen, versuchen leer zu werden, dann wirst du verrückt. Deshalb im Zen-Kloster in Japan, wo ich die ganze Zeit war, wird man als Westler erstmal nicht akzeptiert. Du musst einen Zen-Meister haben, der dich empfiehlt, weil die haben keine Lust, die Leute rein, weil sie in die Klapse einzuweisen. Sonst bist du auch nach ein paar Tagen weg. Das ist zu hart. So, diese kathartischen Meditationen sind sehr empfehlenswert. Osho-Meditationen findest du überall im Internet. Kundalini-Meditationen, das Chakra-Breathing, dynamische Meditationen und so weiter. Das sind so drei klassische Meditationen, die sehr strukturiert sind und helfen eben in, oder ich sag mal, aus den körperlichen Spannungen, aus den Gedanken heraus in einen Zustand der erstmal körperlichen, emotionalen Entspannung zu kommen, was es leichter macht, dann den Zustand zur Leere, die Leere zu finden. Es geht über körperliches Ausagieren und dann am Ende sitzt man wirklich in Stille da. Das ist ein bisschen ähnlich wie, wenn du das über den Sport, über Konditionssport machst. Wenn du solche Erfahrungen hast, vielleicht auch beim Sex, vielleicht in anderen Situationen, wenn du lange auf dem Meer segelst, zum Beispiel auf offene Meer, wer das mal gemacht hat zum Beispiel, oder mit dem Kajak über einen großen, großen See zu fahren, über viele Stunden. Das sind alles Situationen, wo du in diesen Zustand kommen kannst, bei langen Wanderungen auch. Die erklären dir, warum es letztendlich geht. Okay, es geht darum, das etwas alltagstauglicher zu machen. Du kannst ja nicht erstmal stundenlang laufen oder stundenlang übers Meer fahren, um in diesen Zustand zu kommen. Wie kannst du täglich das schaffen? Ein weiteres Hilfsmittel ist die Atmung. Der Atem wird in vielen spirituellen Praktiken fast allen eigentlich verwendet, um Zugang zu deinem Unterbewusstsein zu bekommen. Es geht also raus aus deinem normalen Bewusstsein. Es geht raus aus den Gedanken in eine Art tiefere Weisheit, in einen tieferen Kontakt mit dir. Ob du das jetzt dein höheres Selbst nennst oder die innere Weisheit nennst oder die innere Stimme oder weiß nicht was, ist mir schnurzpiepe egal. Es geht um den praktischen Nährwert. Du fühlst dich danach zentriert, fühlst dich danach in dir selbst ruhiger, klarer. Und das ist der Wert, um den es letztendlich geht. Es geht also darum, dass du deine Atmung bewusst wirst. Wir haben zwei Sorten Muskeln im Körper, quer und längst gestreifte. Ich vertue mich jedes Mal, aber ist egal, wenn ich mich jetzt vertue, ist es genau andersrum. Ich bin kein Mediziner. Die eine Sorte Muskeln, ich glaube, sind die quergestreiften, das sind die, die wir bewusst bewegen können. Deine Finger kannst du bewegen, dein Kopf kannst du bewegen, deine normalen Muskeln kannst du aktiv und bewusst bewegen. Wir haben aber auch längs gestreifte Muskeln, die wir nicht bewusst bewegen können. Du kannst nicht die Herzfrequenz direkt ändern oder der Leber sagen, Leber, mach mal Pause. Angeblich können das manche Yogis, keine Ahnung, wofür es gut sein soll. Ich schätze, wir würden nur Chaos erzeugen. Die Lunge ist ein Organ, wo beide Muskeln präsent sind. Du hast also längs- und quergestreifte Muskeln. Das hat den Vorteil, dass du nicht vergessen kannst zu atmen. Du kannst nicht ersticken. Du kannst nicht sagen, jetzt ersticke ich, jetzt höre ich auf zu atmen. Das ist super. Das heißt, der Atem ist garantiert. Aber du kannst eben bewusst die Atemfrequenz verändern. Und über den Atem haben wir deshalb einen Zugang zu unserem Unterbewusstsein. Denn der Atem ist auch assoziiert mit vielen Emotionen. Emotionen hängen immer am Atem. Deshalb haben zum Beispiel Schauspieler, können über den Atem sich selbst in bestimmte Gefühle versetzen. Ich meine jetzt nicht diese Drittklass-Schauspieler, sondern wirklich gute. Wenn ein guter Schauspieler weint, dann kommt dir Pipi in die Augen. Wenn er lacht, dann hast du Angst, dass die Körperflüssigkeit woanders rauskommt, weil du einfach so dich fast bepisst vor Lachen. Wenn er wütend wirst, dann sträuben sich dir die Haare. Das sind echte Emotionen. Das bedeutet, der fühlt wirklich das auch. Er spielt nicht nur so, als ob er das fühlt. Und das kann man über den Atem erzeugen. Also der Atem ist assoziiert mit Gefühlen. Der Atem ist ein super Instrument, um deine Gedanken zu kontrollieren. Der Atem ist ein super Instrument, um eben zu dir zu kommen. Über den Atem spürst du, wie es dir geht. Wenn du Atembeklemmung hast, es gibt ja viele Sprichwörter für gestockt der Atem. Wenn du dich erschreckst, dann hältst du den Atem an. Wenn du an einem Urlaubstag morgens die Sonne scheint, du schallst aufs Meer, du machst das Fenster auf, wie atmest du? Du atmest tief durch. Wenn du erregt wirst, stöhnst du. Also der Atem zeigt dir deine Emotionen und umgekehrt auch, über den Atem steuerst du deine Emotionen. In beide Richtungen geht das. Deshalb ist der Atem ein entscheidendes Hilfsmittel in fast allen Meditationstechniken. Um zu dir zu kommen, musst du tief atmen. Wenn du flach atmest, du kannst es selbst mal ausprobieren, atmen, so flach es geht, dann spürst du dich selbst nicht mehr. Dein Energieniveau sinkt. Du bist sowieso ein bisschen benebelt, kannst aber gut bei nachdenken. Wenn du sehr tief atmest, voll und tief atmest, kannst du nicht mehr so gut denken. Probier das aus, atme mal eine Minute wie so ein Blasebalk und mach eine einfache Rechnung. Versuch mal nachzudenken. Du findest keinen klaren Gedanken. Das ist ein ganz praktischer Nährwert des tiefen Atems. Wenn du voll und tief atmest, kannst du nicht denken. Wenn du denkst, atmest du automatisch flach und nur ein Bruchteil deiner Lungenkapazität sehr häufig in den oberen Bereich. Deshalb sehe ich zum Beispiel als Sexualtherapeut und Atemtherapeut, wenn ich einen Mann, eine Frau sehe, dann sehe ich sofort, wie ist der verbunden mit seinen Emotionen, wie ist seine Sexualität, wie ist die Orgasmusfähigkeit, das sehe ich am Atem. Viele Dinge mehr sehe ich am Atemmuster, weil das Atemmuster ist eben unbewusst. Das Atemmuster kann ich bewusst steuern, ja, aber das geht meistens nur eine Minute oder zwei und dann verfällst du wieder automatisch in das unbewusste Atemmuster. Das Atemmuster sozusagen spiegelt dein Lebensgefühl wieder. Wenn du sehr depressiv bist, dann atmest du nur aus und das Nötigste Luft ein. Wenn du sehr extrovertiert bist und lebendig bist, dann atmest du chaotisch und unrhythmisch. Wenn du eher ein Choleriker bist, also jemand, der immer aufwalt, gut Zugang zu Aggressionen hat, dann atmest du ein, dann bläst du dich auf und atmest nur das Nötigste aus. Also dein Atem ist auch der Zustand. Dein Atemmuster ist ein Spiegel deiner Persönlichkeit und spiegelt dein Lebensgefühl wieder. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Atem, die Atemkontrolle ist ein wesentliches Mittel in der Meditation. Das geht damit los, dass man ohne jetzt spezielle Techniken, die gibt es auch, dann für Fortgeschrittene, das ist ja hier für Anfänger gemacht, indem du einfach mal deinen Atemzügen bewusst wirst. Du atmest bewusst und tief ein in den Bauch und langsam und tief wieder aus. Du atmest langsam und tief ein und langsam und tief wieder aus. Das ist der erste Schritt, auf den Atem zu achten, bewusster und tiefer ein- und auszuatmen und eben nicht nur in die Brust, sondern in den Bauch hinein. Vielleicht hörst du ein kleines Geräusch, ein kleines Hilfsmittel ist es, die Lippen zu schürzen. Durch die geschürzten Lippen ein- und wieder auszuatmen. Dadurch kann man länger und tiefer atmen und dadurch wirst du dir deines Atems bewusst, weil es ein kleines Atemgeräusch gibt. Das ist die erste einfache Technik, wo du, wenn du das ein paar Minuten machst, du merkst, du wirst innerlich ruhiger, du wirst zentrierter, du kommst mehr in deine Mitte, indem du dir einfach nur deines Atems bewusst wirst und mit dieser ganz einfachen Technik langsam und tief atmest. Und eben dabei deine Gedanken bewusst ignorierst, nicht eintauchen in das, was du vergessen hast, in das, was du unbedingt tun musst, das, was du dir jetzt unbedingt sofort merken musst, weil es uns vergessen ist. Egal. Und wenn du die Lottozahlen weißt, auch das. Egal. Ignorieren. Immer wieder einfach ignorieren. Loslass mit dem Ausatmen. Du fokussierst auf deinen Atem. Hilfreich sind dafür bestimmte Routinen und Rituale. Es gibt eine Sitzposition, wo man sehr aufrecht und klar sitzt auf einem Sitzkissen. Die hilft dir, wach zu sein mit aufgerichteter Wirbelsäule. Findest du im Internet, im Yoga, diese Lotus, den Lotus-Sitz. Die meisten Westler können das nicht, weil unsere Innenschenkelmuskeln, speziell bei Männern, oft zu kurz sind. Nimmst du diesen ideanischen Sitz. Es spricht aber auch nichts dagegen, das einfach auf einem Stuhl zu machen. Du solltest aber nicht wie in einem Sessel darin hängen. Meditation heißt eben nicht Wellness und Entspannung. Heutzutage gibt es unheimlich viel auf dem Markt. Das ist aber aus meiner Sicht Traumreise und völlig verweichlicht. Meditation gilt auch für einen Krieger als eine Schulung. Das bedeutet, du hast eine gewisse mittlere Spannung und die sollte sich in deiner Körperhaltung spiegeln. Du sitzt aufrecht auf dem Kissen. Der Kopf ist gerade. Am Hinterkopf zieht ein Faden dich hoch. Die Wirbelsäule ist gestreckt in der Vorstellung. Wenn du auf einem Stuhl sitzt, lehne dich nicht an. Du hältst diese gewisse Spannung, die macht dich wach und präsent. Du dörst eben nicht nur vor dich hin. Das ist die Haltung. Du wirst mit Sicherheit da einiges zu finden. Das führt an dieser Stelle zu weit. Hilfreich ist es, zu einer bestimmten Uhrzeit morgens oder abends ein kleines Ritual für sich zu machen. Sei es eine Kerze anzuzünden oder auch eine Hintergrundmusik anzuzünden, die Nebengeräusche abmildert und es dir leichter macht, wenn eben Neben- oder Hintergrundgeräusche dich ablenken. Auch dazu nochmal, Meditationsmusik wird unheimlicher Sülz verkauft mit Melodie und Gesang. Vergiss es einfach. Eine todlangweilige Musik ist richtig. Ich kann gerne mal noch hier drunter etwas beim Podcast, ein paar Empfehlungen schreiben. Eine sehr ruhige Musik ist gut, nicht zu sülzig. Zen-Musik mit einer Shacoachi-Flöte macht dich immer wieder wach. Es ist eben nicht gemeint eine Musik, mit der du wegträumst, die so nett und einsülzend ist, sondern eine, die dich wach macht. Und die ist immer ähnlich wie dieser Sitz, ein bisschen unbequem. Meditation ist nichts Bequemes. Das ist etwas für Liebhaber, das sind Traumreisen für Liebhaber. Die bringen dir gar nichts. Sondern es ist etwas unbequem im Sitz. Es ist ein bisschen, erstmal ein bisschen anstrengend, weil das ist nicht ein vertrautes Denkmuster und Traummuster. Und auch die Musik ist nicht so, dass sie dich wegträumen lässt. Sondern sie ist ein bisschen monoton und hat immer wieder so gewisse Brüche drin, die dich wach machen. Das ist eine gute Musik. Wähle eine aus, die du sonst nicht hörst und benutze sie, um dich zu positionieren, nur für die Meditation. Einen bestimmten Sitz, vielleicht auch einen bestimmten Ort, eine bestimmte Musik, ein gewisses Ritual hilft dir. Und wenn du das 10, 15 Minuten machst, als Anfänger, wie gesagt, nur sitzen, zur Ruhe kommen, atmen. Dann wirst du nach einigen Tagen, spätestens nach einigen Wochen, merken, dass wie eine subtile Bewusstheit in dir wächst. Du wirst insgesamt präsenter werden. Du wirst dir deiner selbst mehr gewahr werden. Was sich dann auch im Alltag auswirken wird. Du wirst immer wieder innehalten und dir selbst gewahr werden, wie geht es mir eigentlich. Gerade wenn du verloren bist in Digitalem, verloren bist in Diskussionen oder in Gefühlen. Dann hältst du inne und spürst, wie geht es mir, was ist jetzt gerade. Welcher Gedanke versucht gerade Besitz von mir zu ergreifen. Welches Gefühl ist gerade so, dass es mich mitreißen will. Und du wirst eine innere Stärke aufbauen, eine innere Führung aufbauen, dich nicht von diesem Gedanken vereinnahmen zu lassen, von dieser Sorge, dieser Angst oder diesem Gefühl vereinnahmen zu lassen, sondern die innere Führung zu behalten. Soweit ein wenig zur Theorie. Man könnte noch sehr viel dazu erzählen. Eine Meditationsschulung ist etwas mehr als eine Stunde Podcast. Da braucht es ein bisschen mehr zu. Wir bieten das ja in unseren Seminaren an. Meditationspraxis ist Teil der Seminare. Und auch als Krieger, als Herzenskrieger, in der Ausbildung als Herzenskrieger ist die Meditationsschulung ein wichtiger Teil. Ich weiß noch, als ich im Zen-Kloster in Japan war, es wurde ja nicht geredet, schweigen, wenn auf Japanisch hätte ich eh nicht viel verstanden, kam plötzlich eine Gruppe sehr hochstehender, beeindruckender Männer, wo man intuitiv den Eindruck hatte, ich gehe zur Seite und verbeuge mich, ohne dass ich das begründen konnte. Die waren in der Woche da, wo Session war, wo also nicht gearbeitet, sondern nur zwölf Stunden am Tag meditiert wird. Und viel später habe ich erfahren, das waren wirklich hochdotierte, hochstehende Kampfsportmeister, die wirklich, also Samurais, die da ein- oder zweimal im Jahr wirklich zur Meditationspraxis kommen. Weil ein Krieger muss sich in jedem Moment seiner Gedanken bewusst sein. Ein Krieger, der träumt, ein Krieger, der nicht die Führung über seine Gedanken hat, ist kein Krieger. Deshalb ist der Weg des Kriegers auch der Weg der Meditation. In allen asiatischen Kampfsportschulen wird genau das unterrichtet. Und wenn du in deinen Gedanken gefangen bist, hast du in einem Kampf verloren. Deshalb schule deinen Bewusstseinsstuhl, deine Meditationspraxis. In einem der weiteren Podcasts werde ich vielleicht mal eine kleine Session, ein, zwei Meditationen aufnehmen, die du dann aktiv machen kannst. So viel erstmal zur Theorie dazu. Ich wünsche dir eine gute Woche und gute Momente des Innehaltens, der Präsenz und des bewussten Atems. Bis dahin, Mann!